Hallo und herzlich willkommen zurück zu Learn German with Falk, deinem Beginner-Podcast. Heute möchte ich mit dir zusammen über das Thema Muskelkater sprechen. Muskelkater. Dieses Wort setzt sich aus zwei Wörtern zusammen. Muskel und Kater. Der Muskel und der Kater. Zusammen der Muskelkater. Also sprechen wir zuerst ein wenig über das Wort Muskeln oder der Muskel im Singular. Plural, wie gesagt, Muskeln. Da kommt noch ein N hinten an das Ende. Also Muskel. Dieses Wort kennst du wahrscheinlich und kannst es gut verstehen. Der Muskel, zum Beispiel der Bizeps oder der Trizeps. Oder auch auf Deutsch sehr einfach der Brustmuskel oder der Schultermuskel. oder auch der Rückenmuskel. Also man nennt einfach das Körperteil und dann sagt man Muskel. Die Brust, der Muskel, also der Brustmuskel. Einfach, oder? Also Muskeln. Darüber wissen wir jetzt Bescheid. Das zweite Wort ist Kater, der Kater. Und Kater hat lustigerweise zwei Bedeutungen. Die erste Bedeutung von Kater, die nichts mit Muskelkater zu tun hat, ist der Kater das männliche Tier. Eine männliche Katze. Also ein Kater ist eine männliche Katze. Die Katze ist feminin und der Kater ist maskulin. Aber wir haben keinen Muskelkater. Hier ist keine männliche Katze, sondern die zweite Bedeutung des Wortes Kater ist nämlich so etwas wie Müdigkeit oder etwas ist kaputt, nicht so richtig. Zum Beispiel, wenn du an einem Abend viel Alkohol trinkst, viel, viel Alkohol, viel Bier zum Beispiel in Deutschland und dann am nächsten Tag, ah, du hast Kopfschmerzen oder du hast Magenschmerzen und dieses Gefühl nennen wir auch Kater. Also ein Kater kann auch ein Gefühl der Müdigkeit oder ein Gefühl sein, dass etwas nicht 100% in Ordnung ist, ein bisschen kaputt ist. Und diesen Kater brauchen wir jetzt bei Muskelkater. Also ein Muskelkater, das bedeutet, der Muskel ist müde, ist erschöpft oder ein bisschen kaputt. Also Muskelkater. Jetzt haben wir die Bedeutung des Wortes Muskelkater geklärt. Lasst uns jetzt darüber sprechen, wie man einen Muskelkater erstmal bekommt. Also einen Muskelkater bekommt man, wenn man den Muskel überansprucht hat. Überansprucht. Also wenn man ihn zu viel benutzt hat. Zum Beispiel, wenn ich mit einem Kilo diese Übung hier mache, dann beanspruche ich den Muskel, aber ich überanspruche den Muskel nicht. Wenn ich aber 20 Kilo oder 50 Kilo, das ist vielleicht zu schwer für meinen Muskel, nicht vielleicht, das ist 100%ig zu schwer für meinen Muskel. Dann überanspruche ich den Muskel. Ich benutze ihn zu viel, zu stark. Also wenn man seine Muskeln überansprucht, dann kann man einen Muskelkater bekommen. Zum Beispiel, ja, wenn man eine ungewohnte Belastung hat. Eine ungewohnte Belastung, also eine Belastung, die man nicht so oft hat, die neu ist vielleicht. Ein klassisches Beispiel ist, wenn man lange keinen Sport gemacht hat und dann sofort eine Stunde Joggen geht, dann wird man 100%ig am nächsten Tag einen Muskelkater in den Beinen haben. Wenn ich zum Beispiel mal krank bin und eine Woche keinen Sport machen kann und dann, wenn ich wieder gesund bin, Sport mache, dann habe ich meistens zumindest einen leichten Muskelkater nach dem Sport. Also ein Muskelkater, der passiert, wenn man eine Überanspruchung der Muskeln hat. Was kann man tun, wenn man Muskelkater hat? Am besten ausruhen, entspannen, den Muskel nicht zu sehr beanspruchen. Was ich immer gerne mache, ist zum Beispiel ein heißes Bad nehmen. Ich habe gelesen, dass Wärme sehr gut für die Entspannung der Muskeln ist. Übrigens, vielleicht hörst du nicht nur das Wort Muskeln oder Singular Muskel, sondern auch das Wort Muskulatur. Die Muskulatur. Damit wird allgemein Muskeln beschrieben. Muskulatur. Zum Beispiel die Brustmuskulatur. Wenn du einen Muskelkater hast, dann solltest du aber nicht nur Pause machen, nicht nur im Bett liegen, nicht nur auf dem Sofa liegen. Nein, ich habe gelesen, dass das nicht gut ist und man lieber ein bisschen zum Beispiel spazieren gehen soll. Also ein bisschen, nicht überanspruchen, aber ein bisschen sich bewegen, sodass das Blut im Körper zirkuliert. Und wenn das Blut ein bisschen im Körper zirkuliert, dann hilft das deinen Muskeln, sich schneller zu erholen. Die Muskeln müssen dann ja repariert werden. Die Muskeln müssen sich erholen. Und wenn Blut in die Muskulatur fließt, dann erholt sie sich schneller. Also beim nächsten Muskelkater solltest du zumindest einen kleinen Spaziergang machen. Kann man denn Muskelkater vorbeugen? Vorbeugen, also etwas tun, damit man keinen Muskelkater bekommt? Was kann man machen, um ihn vorzubeugen? Denn früher, früher habe ich immer gehört, dass man seine Muskeln dehnen soll. Dehnen. Dass man den Muskel dehnen soll. Und dass das hilft, keinen Muskelkater zu bekommen. Ah, ich weiß nicht, ob das Dehnen hilft. Ein bisschen vielleicht schon. Ich glaube aber, dass das Wichtigste ist, dass man sich, seinen Körper und seine Muskeln nicht überansprucht, sondern immer versucht, den Sport schwierig zu gestalten, also den Sport so zu treiben, dass er herausfordernd ist, schwierig ist, aber nicht zu schwierig. Immer ein bisschen schwierig, aber nicht zu schwierig. Dann kannst du den Muskelkater vielleicht ein bisschen beanspruchen, auch ein bisschen überanspruchen, aber nicht zu stark. Und wenn du dich dann in kleinen Schritten steigerst, also jedes Mal zum Beispiel, wenn du joggst, ein bisschen schneller joggst oder mit dem Gewicht, ein bisschen mehr Gewicht mit jedem Training, dann kann der Muskel sich an diese neue Beanspruchung, die neue Belastung anpassen. Er kann sich anpassen, er kann sich adaptieren. Wir benutzen aber häufiger das Wort anpassen. Merk dir dieses Wort, es ist sehr nützlich. Zum Beispiel, ich möchte mich in Deutschland an die Kultur anpassen. Merk dir dieses Wort. Also, anpassen, der Muskel muss sich langsam an die Belastung anpassen. Das ist, glaube ich, die beste präventive Maßnahme oder die beste Prävention von Muskelkater. Okay, jetzt haben wir sehr, sehr viel über Muskelkater gesprochen. Ich bin natürlich kein Experte, aber für mich helfen diese Tipps. Ich habe jetzt sehr selten Muskelkater. Manchmal habe ich ein bisschen Muskelkater, aber nicht sehr häufig. Wie ist das bei dir? Hast du vielleicht ein paar gute Tipps gegen Muskelkater? Dann schreib sie doch bitte einmal in die Kommentare. Ich würde mich sehr freuen, zu hören, was deine Tipps sind. Falls du den Kanal noch nicht abonniert hast, dann klicke jetzt unbedingt auf den Abonnieren-Button, damit du kein Video mehr von Learn German with Falk verpasst. So, und ich sage jetzt Tschüss und bis zum nächsten Mal. Mach's gut!